hallo leute willkommen zu einer neuen folge ist jetzt schon sieht das bildet meine erste adventure map ja zwar habe ich jetzt meine erste adventure map nur für euch fertig jetzt endlich ich habe sehr lange dran gebaut 24 stunden aber für in dieser zeit des sowas hinzubekommen habe ich wirklich sehr gut hinbekommen weil ich habe das ohne wollte immer alles mit hand und natur und nicht zahlen angegeben alles mit blöcken selbst hingebaut ohne wollte oder irgendwas und ich hoffe es wird euch gefallen weil ich habe so lange dran gearbeitet darum und zwar geht das neues ich habe heute endlich mal gelenkt angebekommen ich würde das jetzt vielleicht bisserl und in mein popschutz sitzt auch dran ich bin jetzt bisschen weiter weg ich muss noch ein bisschen noch die audio zu verbessern dass die stimme alles schön klar ist so ist jetzt wirklich das mikro sehr gut mir gefällt es auch und ich hoffe es gefällt ihr euch auch mit der stimme und so alles dann werde ich jetzt einfach sagen die wo jetzt die map gleich spielen wollen wir uns jetzt hinten der beschreibung jetzt downloaden und die die map sich angucken möchten danach spielen möchten können sie es jetzt angucken das ist nicht so viel wird jetzt so viel gezeigt sage ich jetzt viel spaß mit dem video haut rein bis zum nächsten mal euer toter bursch bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.